Rambatamba, Schnäppchenfreunde, wir haben eine mega Knaller bekommen. Original Solo-Stow-Fahre, das Modell Ranger und das Modell Bonfire. Das sind große Feuerschalen mit dem Rand und mit dem Fuß, da müsst ihr darauf achten, online nicht unter 250 Euro zu bekommen, bei uns 99 Euro und die große 50 cm, wieder mit Rand und Fuß, online nicht unter 350 Euro zu bekommen, bei uns 149 Euro. Wir haben nur je 50 Stück, dann weg, dann weg. Ciao!